Cyberport präsentiert die Bluetooth-Kopfhörer Anker Soundcore Liberty 3 Pro. Jeder hat seinen ganz eigenen Musikgeschmack und individuelle Hörgewohnheiten. Die Soundcore Liberty 3 Pro stimmen den Sound besonders auf euch ab und klingen so gut, dass sie von 20 Grammy-ausgezeichneten Audioproduzenten empfohlen wurden. Was die Earbuds können, seht ihr jetzt. Mit einem Gewicht von nur 6 Gramm liegen die Kopfhörer leicht in den Ohren. Durch ihre ergonomische Form sowie vier unterschiedlich große Silikonohraufsätze und Ohrflügel sitzen sie sicher und bequem in jedem Ohr. Das Active Noise Cancelling und die geschlossene Bauart schirmen Umgebungsgeräusche zuverlässig ab, sodass ihr in Ruhe Musik genießen könnt. Mit der sogenannten Here-ID-Technologie analysieren die In-Ears dabei neben den Umgebungsgeräuschen auch euer Gehör und eure Musikvorlieben. Für besonders hochwertigen Klang besitzen die In-Ear-Kopfhörer den LDAC-Standard. Mit einem Frequenzbereich von 20.000 bis 40.000 Hertz werden hohe und tiefe Töne präzise wiedergegeben. Außerdem unterstützen die Earbuds 3D Surround Sound, was besonders beim Serienstreaming oder Zocken praktisch ist. In der Soundcore-App stehen euch Equalizer und weitere Einstellungen zur Verfügung. Via Bluetooth 5.0 lassen sich Smartphone, Notebook und Co. mit den Kopfhörern koppeln. Dank der Multipoint-Connection könnt ihr bis zu zwei Geräte gleichzeitig verbinden. Über die Mikrofone könnt ihr mit den Earbuds auch telefonieren oder Sprachassistenten nutzen. Während der Akku der Kopfhörer 8 Stunden durchhält, erhöht sich die Betriebsdauer mit dem mitgelieferten Case-Off insgesamt 32 Stunden. Durch die Schnellladefunktion reichen 15 Minuten in der Ladeschale für ganze 3 Stunden Musikgenuss aus. Hochwertiger Klang individuell abgestimmt. Mit den Bluetooth-Kopfhörern Anker Soundcore Liberty 3 Pro. Hochwertiger Klangreek Kopfhörer Untertitelung des ZDF, 2020